Hallo liebe Medimax Freunde und heute zeige ich euch Cap Dosing von Miele. Und zwar hier unten fangen wir an mit Woolcare, das ist für Wolle, Sport für Sportkleidung und Booster für Flecken, Cotton Repair für Erneuern der Textilien, dann sind wir bei Aqua, das ist Weißspüler und dann haben wir noch einmal Downcare und das ist für Bettwäsche. So ich zeige euch jetzt erstmal wie das Ganze funktioniert anhand des Miele Sport Caps. Wir haben hier oben den Tropfen, wir öffnen die Schublade, sehen hier vorne auch direkt Cap draufgeschrieben, öffnen das Ganze, legen den Caps ein und schließen das Ganze. Und direkt hier im Display sehen wir dann auch die verschiedenen Zeichen. Wir drücken jetzt einmal, da wir den Tropfen hatten, auf Tropfen drauf und schon haben wir das ausgewählt. Das war Cap Dosing mit Miele, kommt gerne vorbei, wir freuen uns auf euch, euer Medi-Marker. Kennst du?